so hallihallo herzlich willkommen mal wieder ein kleines update video bei mir bei mir stehen nämlich gerade prüfungen an und ich kann gerade nicht so wahnsinnig regelmäßig aufnehmen also ich werde auf jeden fall sowohl terraria als auch XCOM weiterführen allerdings kann ich halt momentan die zeit nicht so wahnsinnig gut entbehren da ich halt auch nebenbei World of Tanks und sowas spiele also ich werde mir Mühe geben das demnächsten wieder aufzunehmen aber ich weiß dass es ungünstig ist es nicht gerade so schaffe oder also ich wäre auf jeden Fall wie gesagt weiterführen und und das wieder aufnehmen aber tut mir leid ich packe es gerade nicht das jetzt sofort aufzunehmen und dann sogar zur richtigen zeit hochzustellen dass ich meine regelmäßigen updates halte was ihr hier im Hintergrund seht ist einfach nur ein bisschen Part of Excel Material damit überhaupt ein bisschen unterlegt ist nur ein ganz kurzes update wie gesagt prüfungszeit das geht dann Ende Februar welche wieder aufnehmen können oder ich gebe mir auch Mühe dass im Februar jetzt noch ein paar Videos kommen möglichst regelmäßig allerdings wenn die kann ich nicht garantieren dass es komplett klappt Dankeschön fürs zuhören und das war's dann schon